Musik Ja, ja, kein Problem. Kein Problem. Tja, was ist denn das für ein Parfum? Zu viel Moschus mag er gar nicht. Das ist deins. Klatsch. Stimmt. Alles wird gut, okay? Sorry, tut mir leid, dass ich so kompliziert bin. Vielleicht wäre es besser, du fragst ihn einfach, was los ist. Wäre besser, ne? Interessiert hätte es mich doch. Das hast du nicht wirklich getan, oder? Ja, passen muss. Laura, es tut mir leid. Es tut dir leid. Lecken. Das Arschloch, nicht die Pussy. Das Zettel. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal.